Ja hallo Ach man Steck ne Banane in dein Ohr Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich so Probier's mal mit Humor Wie ich sehen konnte, spielen wir heute Ein blockiger Spiel Mit mir, Senpai Und heute! Fick mich Und heute testen wir das Enderman Kit Das Enderman Kit Startet mit einer Enderman Ja tut mir leid Leute, ich hatte leid Für Burnout Falls ihr diesen Spielmodus Nicht kennt Das Ziel ist zu gewinnen Na du Arschloch Was? Noch einer? Ich verpiss mich, ich verpiss mich Ist okay NAAA CROWING IN MY SKIN Oh oh NEIN Ach Scheiss Das Enderman Kit Hahahaha Action Mit mir Na du Arschloch Komm her Ich Ich Schau Nice Und jetzt ZACK In die Mitte Ich brauche Heilung Ich brauche Heilung Ich brauche Heilung CROWING IN MY SKIN Einer Intensikentsbestie CROWING Nein 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 Das war er Wenn der noch wusste Dass ich noch Schneeballiosen habe Der wird so verrecken Alter Okay, jetzt nicht der letzte Spiel Alter Also, sorry, der spielt echt schlecht Da spiele ich ja so geil, dann besser Komm her Schlag sowas von runter Alter CROWING IN MY SKIN Ich habe gewonnen Ja 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 Heute spielen wir mit dem Underman Es ist immer noch nicht witzig Nein, ein anderer will auch in die Mitte gleich der Neben mir Scheisse Nein Ja, sorry, ich bin so tot Jetzt geh weg Wenn ich den kriege Oh mein Gott Geh in die Lava, du Spast Komm, verbrenn Nein CROWING IN MY SKIN Wir nerven Ach, halt's noch Tja, au revoir Ah, nein CROWING Ich könnte ihm ja einen Bodyjack geben Schön Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen CROWING IN MY SKIN Ich bin fertig Ich bin ich Ich bin auf Ich bin ein Faktor Ich bin ein